So, es ist kurz vor 16 Uhr am Donnerstag und gleich steige ich ins Auto und fahre nach Hamburg. Das ist noch ein Video aus der Wohnung von Bremen und mal gucken, wie der Tag heute so wird. Ne, Henrik T-Shirt ist dabei, hier, und da bin ich wieder. Also, wird lustig! So, jetzt bin ich da, hier haben wir einen Kameramann, da vorne ist der Eingang, da ist schön grün, schwenken wir mal rum, Spooky! Run to him like he's the one, his arms and stretch, but when she's done, he'll go! Alle haben gesagt, da muss ich noch mal 5 Uhr einladen, aber warum ich auch da bin? Nein, nein, nein. Boah, wie krass. Jetzt haben wir aber schon ein bisschen... Upsen, Upsen, Thor. Die ganze Zeit warlé, wie nach Lee? Super, super, super. Der war noch nicht bei den Körschenken. Es war wirklich krass. Es war ganz sicher. Ich bin dogmisch. Der Schöpfchenkirche. So amazing! Oh yes, so amazing! What's that? Story! Riveting! So, hier gab es ungefähr 15 bis 20 Minuten Gameplay Video aktuell von Anfang an, durfte man logischerweise leider nicht filmen. Hey Leute, es war schön, ihr habt schön mitgemacht, ich habe total Spaß gemacht. Vielen Dank, super, 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 super. Vielen Dank. Wir hatten Spaß. Wir hatten auch lieber Spaß. Und ich bin auch eine Gension drauf. Ich würde gerne weiter spielen verlangen. Ja, ich auch. Das ärgerliche Meister, dass wir nicht weiter spielen dürfen. Ah, komm, komm, komm. Wirst du überleben? Wir werden es nicht. Also, das war's mit der Reteilerei oder haben wir nicht mehr. Wird nicht mehr. Das war's. Das war's. Wird nicht mehr. Derkraft hat. Das war's. Ich dachte. Das war's. Ich dachte. Wir säßen. Ich dachte.